So viel musst du deinen Mitarbeitern in 2023 zahlen, damit sie nicht zur Konkurrenz abwandern. Bisschen längerer Titel, aber extrem wichtiges Video und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen. Wir haben die Zahlen im Griff und gucken natürlich auch auf die ganzen Kostenfaktoren und gucken uns das Personal an etc., sehen aber auch im Kontext die gesamtwirtschaftliche Lage. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Wir leben halt in einer kniffligen Zeit, in einer Krisenzeit, wo es halt auch viel Turbulenzen gibt und auf der anderen Seite haben wir einen Fachkräftemangel. Das ist halt eine absurde Situation. Ich glaube, dass sich dieser Fachkräftemangel in den nächsten Monaten, Jahr auf jeden Fall abflachen, reduzieren wird, dadurch, dass eben viele Firmen Insolvenz anmelden müssen und dann viel Arbeitnehmer frei sind. Auf der anderen Seite musst du jetzt eben checken, dass du nicht dazugehörst, über die Wupper zu gehen und dass du deine Mitarbeiter vor allem bei dir hältst, wenn du weiter wachsen willst. Weil jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Weißt du überhaupt, was es durchschnittlich kostet, wenn du einen Mitarbeiter neu ersetzen musst? Wahrscheinlich nicht, nämlich, das ist nämlich extrem teuer. Und du musst überlegen, dass die Mitarbeiterbindung meistens wichtiger oder sozusagen günstiger ist als das Recruiting. Denn ein Mitarbeiterwechsel kostet dich im Schnitt 46.000 Euro. Das musst du einmal checken, weil du musst Folgendes im Blick haben. Einmal, der Mitarbeiter, das sind Kosten, die siehst du noch gar nicht, bevor der kündigt oder wechselt, der hat vielleicht innerlich schon gekündigt und die Performance in den Monaten davor geht schon zurück. Das nehme ich noch gar nicht mit rein, das ist aber ein Mess. Das kannst du theoretisch in der Performance, wenn du bestimmte KPIs misst, kannst du es messen, aber es ist schwer zu messen. Von daher, das ist aber immer schon so ein Faktor. Und der letzte Monat, der wird auch noch kaum gearbeitet. Oder vielleicht kündigt der und du stellst ihn dann frei. Was meistens auch die sinnvollere Wahl ist, weil dann kann mehr Schaden entstehen, wenn jemand schon raus ist mental, als dass das noch Gutes bringt für die Firma. So, also, das ist Punkt Nummer 1. Du musst vielleicht ein Doppelgehalt zahlen, ohne Leistung zu haben. Schlimmer noch, du hast natürlich auch die Umsatzeinbuße. Ein Mitarbeiter bringt durchschnittlich pro Monat 10.000 Euro Umsatz. Das ist eine Faustregel. Wenn du 20 Mitarbeiter hast, solltest du im Durchschnitt 200.000 Euro im Monat machen. Das ist sozusagen die Faustregel. Das heißt, wenn ein Monat dieser Mitarbeiter auch schon wieder ausfällt, hast du nicht nur die Personalkosten, sondern auch den ausfallenden Umsatz. Jetzt kommt das Nächste. Um Recruiting richtig zu machen, kostet ein Mitarbeiter im Durchschnitt eine Neueinstellung zwischen 3.000 und 6.000 Euro für eine Werbeanzeige, für einen Headhunter und so weiter. Im Schnitt, für eine Recruiting-Software, im Schnitt ein neuer Mitarbeiter kostet 3.000 bis 6.000 Euro. So, und dann muss der Gute noch eingearbeitet werden. Das bedeutet wieder, ein bis drei Monate, zwei bis drei Monate ist das ganze Ding und in der Zeit arbeitet er nicht produktiv, bedeutet, er wirtschaftet keinen Umsatz, bedeutet, diese 10.000 Euro, also 10.000 bis 30.000 Euro gehen nochmal drauf. Somit kommt es zu dem Fall, dass ein neuer Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterwechsel dich ungefähr 46.000 Euro im Schnitt kostet. Und das musst du halt auf dem Schirm haben. Und deswegen leben wir jetzt in einer gefährlichen Zeit in 23. Und zwar ist das Thema, dass wir in einer starken Inflation sind und auf der anderen Seite einen Fachkräftemangel haben. Das bedeutet, deine Mitarbeiter haben weniger Kaufkraft mit dem Gehalt, was du ihnen zahlst. Und auf der anderen Seite sind sie, werden sie umworben vom Wettbewerb. Das bedeutet, hier gehen die Preise am Markt mal schnell hoch, die werden vielleicht aktiv auf LinkedIn angesprochen und, 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 bekommen Konkurrenzangebot und haben auf der anderen Seite immer das Problem, dass es eigentlich gefällt es ihnen ja gut bei dir, weil du ein cooler Arbeitgeber bist. Aber auf der anderen Seite können sie sich ihren Einkauf nicht mehr so gut leisten und die Sprit kosten. Und auf einmal kommt wer anders um die Ecke und zahlt den 500 Euro mehr. Dann werden die stark überlegen. Und das ist halt echt bitter für dich, weil du müsstest denen vielleicht 500 Euro mehr zahlen und auf der anderen Seite verlierst du 46.000 Euro, wenn die weggehen. Und das ist halt der Punkt dahinter, dass du jetzt hier unbedingt, wenn es um 2023 geht, musst du diese Bestandsmitarbeiterhygiene auch betreiben. Und du musst hier wirklich dafür sorgen, dass du weiterhin auf der einen Seite ein attraktiver Arbeitgeber bist und auf der anderen Seite eben entsprechend auch das Gehalt entsprechend anpassen. Und wie viel musst du den Mitarbeitern jetzt zahlen, um auf die Ursprungsfrage zu kommen, damit sie in 2023 nicht abwandern. Ja, da geht es darum, dass du einmal vielleicht mal guckst, wann die letzte Gehaltsanpassung war und hier immer, immer up-to-date bist mit den Marktpreisen. Und ich empfehle ja so schon im Hiring zu gucken, dass du den Marktpreis plus 10% bezahlst für einen Mitarbeiter, damit derjenige, diejenige sozusagen eher zu dir kommt und du damit wieder Recruitingkosten sparst. Damit verringerst du vielleicht deine Recruitingkosten von 6.000 auf 4.000 Euro, weil du leichter Mitarbeiter findest, weil du ja ein bisschen besser bezahlst als der Markt und noch ein cooler Arbeitgeber bist. So, es ist halt ein War of Talent. Und auf der anderen Seite musst du dieses Niveau natürlich dann auch ein Stück weit halten, weil jetzt kommt ein Problem. Wenn du jetzt neue Mitarbeiter suchst und du hast dann auch selber einen Fachkräftemangel und du hast diesen einen Mitarbeiter schon ewig und der verdient schon ewig 3.000 Euro, und jetzt guckst du aber, ah Marc, das wird schwer und ich finde gerade keinen, ich schreibe die Stelle jetzt mal mit 3.400 Euro aus. Wenn derjenige das sieht und der ist schon ein Jahr bei dir und jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter rein, der macht genau das Gleiche und ist noch nicht eingearbeitet und wird von dem eingearbeitet, verdient aber mehr, dann wird der Mitarbeiter, der schon bei dir ist, abwandern. Gebe ich dir Brief und Siegel. Das ist ein Schlag in die Fresse und das darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, das Mindeste, was du zahlen musst, ist das, was du gerade am Markt den neuen Mitarbeitern zahlst, und eher natürlich noch ein Schnaps mehr, weil es von der psychologischen Ebene auch so ist, dass die Mitarbeiter, die länger bei dir sind, natürlich mehr gewertschätzt werden sollten. Und das ist eben ein gegengläufiger Trend, den ich oftmals sehe. Die Mitarbeiter, die ich habe, habe ich ja schon. Das ist so ein bisschen wie bei den großen Handy-Anbietern. Neukundenakquise und dann flirten die mit dir rum, rufen dich jeden Tag an, Bestandskunden und ciao. Und das darf dir halt nicht auf Mitarbeiterebene passieren, dass du die Mitarbeiter nicht mehr siehst, dass du nur auf die neuen Mitarbeiter guckst, dass du da mal die Preise erhöhst und die bestehenden Preise nicht anpasst. Wir haben gerade bei uns zum Beispiel, wir haben ein komplett transparentes Gehaltssystem eingeführt bei uns. Da gibt es verschiedene Stufen, jeder Stufe hat einen bestimmten Preis. Das passen wir einmal im Jahr an, auch an die Inflation, an die Marktpreise. Man kann hier über gehalt.de gehen, man kann gucken, in welcher Region, für welche Stelle man ist, wie alt sind die Leute. Da kannst du es genau rausfinden. Wir zahlen in der Regel 10 Prozent über Markt und passen das halt an. Und jetzt haben wir das angepasst. Und jetzt haben wir zum 1.1. halt alle bestehenden Mitarbeiter auch auf dieses System umgemünzt. Und damit haben die, in der Regel sehr viele Leute haben halt ein Race bekommen, auch teilweise deutlich sozusagen, damit wir jetzt wieder alle d'accord sind und wir jetzt wieder neu hiren können in dieses neue System rein. Dann wird es in einem Jahr wieder angepasst sozusagen. Und ehe die länger dabei sind, wir kriegen ja früher dann wieder die Beförderung. Damit ist das ein sehr faires Ding. Das heißt, du musst immer wieder gucken, dass du die bestehenden Leute anpasst, idealerweise auf das Niveau, wie du hirest. Und du solltest hiren mit Marktpreis plus 10 Prozent. Das gebe ich dir mit an die Hand. Alles andere ist unglaublich teuer. Guck, dass du deine Fluktuation im Griff hast. Guck, dass du deine Ressourcen richtig anwendest. Wir sind weiterhin in einer Krise. Und es geht darum, welche Firmen hier triumphal rausgehen und welche Firmen über die Wuppa gehen. Die Firmen, die es nicht beherzigen, werden über die Wuppa gehen. Den kannst du wieder den Mitarbeiter klauen und die kannst du dann auch nicht binden. Also, guck, dass das hinbekommt. Guck natürlich auch, dass du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Das ist natürlich die zweite Komponente. Da gibt es auch sehr viel, was du tun kannst von Benefits etc. Da gibt es auch gute Anbieter. Melde dich da auch gern, wenn du Kontakte brauchst. Da haben wir viele, viele Sachen, die wir auch selber bei uns erfolgreich umsetzen. Und natürlich auch solche Instrumente wie Inflationsprämie sind an der Stelle natürlich Gold. Du darfst den natürlich, wenn du jetzt einem das zahlst, musst du es allen zahlen sozusagen. Das ist hier nicht, nach Leistungsprinzip kannst du es leider nicht vergeben, weil es ja eine Inflationsprämie ist. Aber guck, dass du zum Beispiel darüber ja kannst du auch Gehaltsanpassungen schon vornehmen in der Inflation. Ja, wir machen das zum Beispiel so, dass wir dann jedem gleich das Gleiche auszahlen und das einfach strecken über einen langen Zeitraum. Das ist eine gute Möglichkeit, weil dann kommt es da an, wo es gebraucht wird. Da kommt es dann auch richtig an und sorgt auch dafür, dass man eben entsprechend wieder besser einkaufen kann etc. Hab die Sorgen deiner Mitarbeiter mit auf dem Schirm. Gerade bei den Mitarbeitern, die nicht super viel verdienen, ist das natürlich essentiell. Auf der einen Seite das Instrument, auf der anderen Seite, dass du das Gehalt da im Blick hast, die Inflation im Blick hast. Guck da drauf, nur so bist und bleibst du erfolgreich und so kannst du aus dieser Krise hier extrem gut weiter wachsen. Ich hoffe, der Tipp hat dir gefallen oder die Tipps gerne Daumen hoch, wenn dem so ist. Und ansonsten, wenn du gerne mal deine individuelle Situation beleuchtet haben willst, weitere Tipps haben willst, wie du dein Unternehmen nach vorne ins Wachstum bringst, dann melde dich gern www.rg-finance.de. Dann können wir beide dazu bald miteinander sprechen. Ich freue mich, dich schon bald wiederzusehen zu hören. Ich freue mich, dich schon bald wiederzusehen zu hören.